Oh, ein Schiechchen, er... Warum schieße ich ihn mir auf? Auf die Füße! Auf die Füße schieße ich dem Idioten! Alter, bei dem Chip habe ich irgendwie Angst, so wie der fährt. Das war Scheiß. Kranker Scheiß. So, die Baster gehört uns ja schon, das heißt, jetzt sind die hier. Once against the Technikanlage. So, mit einem nicht... Na, drumherum, ein ganzes Platoon. Wenn sie mal zusammen spielen, wird es noch schöner. Oh, oh, Maggie! Hinter mir, helft mir, helft mir, helft mir, helft mir, helft mir! Steine! Schneller! Warte, schon wieder zurück. Hinter mir! Nein! Okay, du hast... Hast du, ich hasse das Spiel? Ey, der trifft war ja fast mal gelungen um den Steinraum. Hat fast geklappt. Ich hasse das Spiel. Aber ich hasse das Spiel. Oh, oh... Und ich hasse das Spiel. Siehst du, der Wacki geht rappe. Oh, so wohnsam. Ah, wir haben aber einmal einen Raketenwerfer hinten drin sitzen, der die Taktik kennt! Ja, also das Spiel! Ja, die Taktik mit dem Raketenwerfer hinten drin, die ist eigentlich so gut! erste quasi doppelten Helmetschaden es gibt es am Gegner vorbei gibt es die Doppel-Helmetschaden gibt es die Doppel-Helmetschaden der kann auch nicht durchschießen kann man durchfahren die waren nicht geschossen 716 irgendwo von da oben aber ist egal irgendwo von da oben aber ich sehe nicht jetzt nicht, wir können ja mal den Generator machen ja er macht der schon glaube ich oh, okay uh, ich kann echt kein Auto fahren und der Maxrider aimt hart gut mach brand, nächstes Schuss sind wir da oh, noch einer was, noch einer? ach komm, fickt euch doch, so ne scheiß Frex Mist Wichse boah man, wie schlecht war das jetzt ach du Scheiße ich hab keinen Bock mehr boah, so ein Kack so ein schlechtes Aim, ich hab nie ge weiß gar nicht jetzt haben sie mich auch alter drei Wäsche, zwei Geist eine mit Protonen und einer mit Licht BPA, what the fuck boah endlich mal wir leben und das wird sehen die wollten uns Totzen jetzt haben uns Ohriff und dann ohne Ohriff ohne ohne weiße Schäden Sani Sani neben dir und dann ich hasse dieses spiel ich spiele es nicht mehr das ist auch behindert ich bin 11 vor ich muss das spiel behindert ist nein okay leute ich muss sagen wir an der stelle ist es heute für mich vorbei wieder aufhören muss er hat eine nicht ganz gute nachricht bekommen aber ich glaube folgentechnisch reicht es auch das heißt ihr könnt hier wirklich die aufgabe beenden markus nicht machen noch acht minuten ja genau das macht ihr das ich bin dann an der stelle raus über die jungen lieben war nicht gut und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag wir sehen dass das nächste war ja bis zum höchsten ist selbst hier leute jetzt bin ich führer und aber das ist gleich mal zwei kills gemacht bevor ich verreckt bin markus wir müssen noch acht minuten dass die folge voll wird und dann passen auf zu fressen was gab es ein leckeres kaufbonbon kaufbonbon ja vom döner vom dünn wow level 100 weg geschnitten das mache ich immer das war es ein dünner und kaufbonbon oder ich habe dünner gegessen gestern zwei und da waren auch ich im übrigen und heute habe ich auch noch einen dünner gegessen mein weil du hast zwei dünner gefressen ja gestern zwar noch alle dünner ist dann auch heute habe ich einen schuldner gegessen ja die ernährung ist auch ein bisschen einseitig ne er sei eben alles ist anders ich habe ein schälchen idbären eben gehabt das war ein essen für heute also für bis heute abend bis ins kino gehen und schieße ich mir auf die füße auf die füße schieß ich dem idioten ich schieße dennoch auf die füße das war kann ich auch in den kopf schießen nein man muss ihn nur auf die füße schießen ich habe mich immer in die füße auch immer alter ich bin da bleib liegen ich bin da ja die lirale ist nicht da oder oder wenn wir alle wiederbelebt natürlich muss ich jetzt nachladen marcus ich liege oben ja komm hoch hast du noch 20 sekunden da ist bei den hier 16 da bist ja ja da kommen sie wieder alle die treffer hochgeschissen ist so halte alle lass uns pekin gehen wohin kenya wo ist pekinya ja weiter und platou wir sind jetzt der platoun weg das ist ja richtig schwul aus der platoun wegpunkt sieht immer so aus nein wenn du in der grafik siehst dann sind das jetzt so ein so ein kanon zwei bobblicher dinger da jetzt bin ich wieder im schwerbereich mich auch ja lass uns zu pekinya gehen da stirbt man ja auch nicht gleich ja was sich blut anstellt stirbt man da nicht ich hab's durch geschafft schnell durch ich sag ja 0,48 ohje diese einrichtung gehört jetzt dem mk ohja da haben sie eingenommen super ist denn die behindert naja weil da war nur stand und der ist dann vorbeigelaufen jetzt gehen wir nach madderson triumph oder? naja komm ich hab zwar keine ahnung aber ich will nach madderson bin anführer folgt mir hier in noten so ich glaube in die verkehrte richtung wo ist denn hier im fahrzeugsborner? ähm andere richtung andere richtung ganz hinten andere richtung andere seite da ja da hab's dir gefunden schon so was wirst du? andere oder? wie blöd bin ich ihn eigentlich ja hm ich will aber einen lightning ich hole mir einen lightning mit einer viper nicht ich hole mich du das ich will dich das ich bin ja ich bin hinter dir Was sollst du denn die Fläche in Ruhe lassen? Welchen Fläche? Der, wo die Beine überfahren ist Ist ja geschult, wenn er nicht ausweicht Ja, auch ja, aber Ja, also wenn er, wo ist denn weg, what the fuck Schnellweg, schnell, nein Nein, hat mich gesehen, oh Oh nein, fuck, hat mich gesehen, rette mich Er hat mich, hat sich auf mich eingeschossen jetzt Ja, war nicht auf jeden, das ist gut, dass er Ja, klar, schieß jetzt auf mich, ja, am Arsch Ja, lieber, lieber du Alles, Sandra Ah, nee, scheiße, ich gehe runter Super, ich bin gleich am Arsch Man, stehe ich, oh, das ist mein Beide, hoffentlich sieht er mich nicht Habe ich auch hier ein paar Porn-Turberdruckung, ich glaube, ich habe nicht mal Brand-Uterdruckung drauf Super Bist du Inji? Nein Dann geh weg von dem Ding, der brennt und dann explodiert gleich Achso Bin aufgesteckt schon Wer ist denn das? Ich habe mein, ich bin der Platon-Führer Bist du, ich bin der Platon-Führer, glaube ich Achso Wer ist denn das? Ich habe zwar mit mir Bravo Keine Ahnung Bei dem die Bravo haben halt Ich habe kein Bravo gemacht Ja, Leute, also das war jetzt mal wirklich eine behinderte, scheiße, dumme Folge Aufnahme vor allem insgesamt, weil ich total lackig war Ich weiß nicht, was heute los war Ich habe nichts geschissen bekommen Deswegen beende ich mir diese Phase jetzt auch mal wieder Ich fahre Beim nächsten Mal wird es ein bisschen besser, hoffe ich doch Bisschen schlechter Es schlechter geht nicht, Markus, glaub mir Mit einer 0,4 auf 8 4,8, 4,8, 4,8 Kann man kaum noch schlechter werden Was, 0, was? 0,48, 4,8, 4,8 Natürlich kann man schlechter werden, zum Beispiel 0,3, 0,2, 0,1 Trotzdem Für mich ist das nichts, ich glaube, dass ich bis ich 63 bin Ist das gar nichts Ja, und? Scheiße, ich scheiße auf die KD, Alter Ja, du scheißt auf alles Ich weiß, dass du auf alles scheißt, deswegen Voll Also Leute, bis zum nächsten Mal Und ein bisschen raus Jo Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal